hey leute und herzlich willkommen zur nächsten folge minecraft badwars mit mir dem torben und ja leute wir spielen eine runde badwars sind hier gerade ganz sneaky sneaky leute guckt euch an wie geheim wir sind wir watschen einfach alle und keiner sieht uns boah ist das genial und wir spielen wieder auf einer neuen map mit mir alleine nämlich der map love ich liebe mein team hier oben steht unser bett schön direkt am herz coole karte finde ich bis jetzt sieht schön aus muss man sagen ein bisschen pink aber schick also hat man sich auf jeden fall viel mühe mitgegeben ja mal gucken was wir auf dieser map jetzt für einen rekord aufstellen die letzten runden waren ja alles so um die sieben minuten ging schön zügig ging gut ab auf jeden fall in den letzten runden kann schon mal ein beschenkt braun vergehen und verrüstung zwei drei vier fünf jaja perfekt so oh ja das ist gut das ist gut so das sind zweimal dreier teams das heißt wir müssen uns richtig gut safen weil die direkt zu uns kommen werden ja ich musste gerade so ein schild da unten weglegen das heißt der torben wird sich jetzt erst mal ins bett kümmern und diesmal nicht direkt rushen ja einfach damit das ein bisschen gesichert ist weil das ist mir schon ein wenig wichtig so zuerst muss ich diese seite dann muss ich diese seite because warum nicht nie warte lasst mich das machen ok ich mach das schon ich mach das schon ich mach das schon ich bin profi im bett zu bauen ist gar kein problem alles zack 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 na komm hier machen wir nur noch einen drauf weil damit es safe aussieht richtig gut ähm dann gönnen wir uns mal ein bisschen was zu futtern Und danach wird weiter zugebaut, weil wenn man hier einmal tot ist, die dahinten farben uns schon bestimmt Gold gut, ich habe auch schon drei, das heißt mit einem Gold wird es Zeit für den ersten Bogen von uns, wir gucken natürlich in die Richtung, das tun wir uns aber dahin. So jetzt, Entschuldigung, jetzt können wir uns auch schon den guten Brustpanzer holen. Oh, und da ist auch schon das vierte Gold, scheiße, wir haben einen Bogen, je, 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 Freunde. Gut, einen Pfeil haben wir auch im Inventar, jetzt holen wir uns eine Teamkiste, weil wir Teamspieler sind, geh zurück mit dem Gold, ja, ja, hier steht eine Kiste, oh, ja, die wollte ich eigentlich nicht da haben, aber das macht ja nichts, so, jetzt holen wir uns auch noch schönen Ender Stone, bitte, so, und dann können wir auch weiter zubauen, weil die zu holen, das, was uns Spaß macht, meine liebe Freunde. So, jetzt kommt hier drauf, jetzt müssen wir gleich schon da drauf machen und dann ist das doch schon mal ganz gut, nicht wahr? Dann würde ich sagen, kümmern wir uns auch um die wichtigen Dinge im Leben, wie Betten von anderen zerstören. Nee, Freundchen, hier, ihr habt schon einen, ich besitze bereits einen, okay, gut, aber vielen Dank. Nettes Spieler haben wir auf jeden Fall dabei, hoffe ich zumindest, dass die auch weiterhin so nett bleiben. Warte, was war denn das für ein Bogen, Bogenlevel 1, den besitze ich schon, aber danke, aber vielen Dank, gegen ein Dings hätte ich nicht Nein gesagt, gegen ein Eisenschwert, Mitte, alles klar, ich hab mich schon mal gut um unser Bett gekümmert, meine Lieben, da könnt ihr mir mal dankbar sein. Ja, dann gebt mir eben noch einen Spitzhack, okay, dann machen wir die Mitte. Warte, hier kommt noch ein Gold, so, ich komm in die Kiste, oh 5 Gold, oh ja, oh ja, oh ja, super, toll, 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 so, jetzt haben wir auch so ein schmuckes Eisenschwert und jetzt haben wir so eine Spitzhacke, perfekt, naja, ach komm, wenn schon, denn schon, wenn, dann muss man sich auch gönnen und jetzt kann der Tor in die Mitte, ja, ja, so, gut, weil da machen wir jetzt auch mal wieder ernst, ich hoffe, ich sitze überhaupt nicht in der Facecam, ich hasse das am Facecam, weil meine ist so hoch, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwie eine andere Position für finde, oh, da hinten ist das Herzblau, oh ja, ich finde unsere Liebe sieht schön aus, nicht wahr, Freunde, da merkt man wirklich schon direkt, dass unser Team deswegen auch gewinnen wird, weil unser Herz rot ist, wow, dieser Pfeil hat mich mega erschrocken, ach come on, sollen wir mal YOLO machen, wir haben uns gar nicht das, oh mein Gott, episch, so, gut, das haben wir schon mal geschafft, das heißt es nur noch, Bett abbauen, Spieler töten und gewonnen, so Leute, das war eine schnuckige Runde mal wieder, gegen mich alleine haben die irgendwie gar keine Chance, die anderen Teams und ich hoffe, ihr lasst auch eine positive Bewertung da und abonniert uns für mehr solche schnuckligen Videos, oh, ihr Wick, oh, oh, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut da rein und ciao